Ja, seid gegrüßt, liebe Leute. Ihr seht es hier schon. Was ist eigentlich woke? Diese Frage stellt sich der gute Neitan und er versucht, die Anti-Woke-Bewegung in Deutschland, so wie er sie nennt, hier zu analysieren und zu belegen, wo sie denn falsch liegt. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon am Anfang. Es wird ziemlich dumm werden, wer Neitan nicht kennt. Er ist einer der schlimmsten Walken-Hetzer auf Twitch, der Lügen über andere Leute verbreitet. Über mich behauptet er beispielsweise, ich wolle Hitler die Macht bringen. Also kein Scherz, hat er tatsächlich so gesagt. Könnt ihr euch auch in Reaktionsvideos hier auf diesem Kanal ansehen. Das ist, ja, eine interessante Unterstellung gegenüber einem anderen Linken, der Offenwerbung fürs BSW macht. Aber es ist halt unser Neitan. Ihr werdet es gleich sehen, dass ihr bewegt sich ungefähr auf Dara, auf Dekalent-Niveau. Das ist ungefähr das, worauf ihr euch gleich werdet einstellen dürfen. Naja, bevor ich starte, nochmal ein kleines Shoutout. Das Video hier, darauf kann ich nur reagieren, weil der gute Clip Cess, das ist ein sehr kleiner Twitter-Account, ihr seht ihn hier, weil der mir dieses Video runtergeladen und zugänglich gemacht hat. Dementsprechend vielen Dank an ihn und schaut da auf Twitter gerne mal vorbei. Ihr seht, er hat keine Follower und er ist auch nicht aktiv. Das heißt, ja, ihr könnt da trotzdem gerne mal vorbeischauen. Also, ihr könnt mir auch, wenn ihr irgendwelche interessanten Inhalte findet, die aber nicht öffentlich zugänglich sind, die auch runterladen und an mir zugänglich machen. Und wenn ich die auch interessant finde, dann reagiere ich da drauf. Also, das hatte ich ja schon in der Vergangenheit gesagt. Und ja, wie gesagt, ich habe euch gerade schon vorgewarnt, es wird nicht sonderlich gehaltvoll werden. Aber es ist ja doch ziemlich lustig, den Walkisten hier auf Twitch zuzusehen, weil sie ihre absurde Ideologie versuchen zu rechtfertigen. Und ja, dementsprechend fangen wir auch gleich mal an. Liegt daran, dass sie da nicht ehrlich sein können. Der Begriff Walk ursprünglich stammt aus den 1930er Jahren. Dort nutzt sie ihn die schwarze Bürgerrechtsbewegung, um auf Rassismus aufmerksam zu machen. Es bedeutet so viel wie, wachsam gegen Rassismus und Diskriminierung zu sein. Heute hingegen ist es ein rechter Kampfbegriff, der hauptsächlich gegen linke Gesellschaftspolitik genutzt wird. Beispiele LGBTQIA-Plus-Rechte, inkludierende Sprache, Feminismus oder Tierrechte. Also alle Leute, die diese gesellschaftliche linke Politik machen, werden dann von diesen Leuten als Vogue bezeichnet. Es gibt aber Ausnahmen. Also beispielsweise wird zum Beispiel auch Klimapolitik, was ja jetzt eher weniger mit gesellschaftlichen Dingen zu tun hat, als Vogue bezeichnet. Aber im Großen und Ganzen ist es linke Gesellschaftspolitik. Der Begriff kann auf alles angewendet werden, was man nicht mag. Der steht in der Tradition von Gutmensch, Social Justice Warrior. Das ist falsch. Also Vogueismus meint ein identitäres Politikverständnis im doppelten Sinn. Erstmal teilt man die Welt in Gut und Böse. Und zum anderen teilt man die Welt in aufgeladene Opfer- und Tätergruppen, die nach beispielsweise sexuellen Identitäten oder ristischen Identitäten oder ethnischen Identitäten gemixt sind. Und dementsprechend, ja, aufgrund dieser identitären Merkmale konstruierten Täter- und Opfergruppen sagt man dann, wer dieser Opfergruppe angehört, der hat mehr zu sagen. Der steht in dieser Opfer-Hierarchie weiter oben. Das beschreibt Burkismus. Und ja, man kann das Ganze auch als neu-linke Identitätspolitik bezeichnen. Also ich finde, das hat mit Links nicht viel zu tun. Aber das ist leider so eine Geisteskrankheit, an der sich viele heutige Linke leider erfreuen. Also ja, ist wirklich eine furchtbare Degenerationserscheinung der Linken. Aber wir werden das irgendwie nicht los. Und die Anhänger dieser Degenerationsentscheinung, Degenerationsentscheinung, die behandeln jeden, der das kritisiert, als Feind. Die wollen jeden vernichten, aus dem Diskurs ausschließen, wegcanceln. Und dementsprechend sind die Walkisten auch unser größtes Problem auf Twitch. Hier folgen denen wirklich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende junge Menschen, also so gefährlichen Hasspredigern wie Dekadent oder Shoyoka oder auch Neitern und werden von ihnen in dieser gefährlichen antidemokratischen Ideologie indoktriniert. Und das ist vor allem für die Linke sehr, sehr gefährlich. Und deswegen ist es wichtig, diese Ideologie zu bekämpfen und zurückzudrängen. Lifestyle-Linke und Linksgrün versifft. Das sind auch alles rechte Kampfbegriffe. Vogue hat all diese Kampfbegriffe abgelöst. Nein, Lifestyle-Links, der Begriff kommt von Sarah Wagenknecht. Oder ich weiß nicht, ob er von ihr kommt, aber von ihr wurde er populär gemacht. Und sie ist ja jetzt wohl keine Rechte. Jedenfalls hoffe ich das. Also Spoiler schon mal. Ich habe mir den Teil noch nicht angesehen, aber mir wurde versprochen, es soll mega dumm werden. Also wenn der Vortrag hier schon, ja, zu Beginn für zu viele Kopfschütteln sorgen sollte, dann springen wir gleich zu Minute 51 vor. Da soll es dann mit dem BSW beginnen. Und Vogue hat einen Vorteil gegenüber all diesen anderen Kampfbegriffen. Nämlich, dass in dem Begriff Vogue weder das Wort links vorkommt, noch ein positiv konnotierter moralischer Begriff. Also wie zum Beispiel bei Gutmensch. Guter Mensch, wieso soll man das kritisieren? Social Justice Warrior, wieso soll man Gerechtigkeit kritisieren? Also, wieso soll man es kritisieren, wenn jemand sich als Gutmensch bezeichnet, wenn jemand meine, er würde fürs Gute kämpfen? Ganz einfach, weil dieser jemand anderen seine Moral aufzuzwingt. Genauso ist das bei Social Justice Warrior. Man versucht für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Man gibt also irgendein rühres Ideal aus, für das man kämpfen will und versucht anderen somit seine Moral aufzuzwingen. Man formuliert nicht seine Interessen, sondern man versucht anderen seine moralische Wahrheit aufzuzwingen. Es war nach dem 30-jährigen Krieg einer der großen zivilisatorischen Fortschritte, dass man die Fragen der moralischen Wahrheit aus dem Aushandlungsprozess ausgeklammert hat. Dass man gesagt hat, curios religio, curios religio, curios religio. Oder curios regio, eos religio. So rum hieß es, glaube ich. Latein ist bei mir zu lange her, sorry. Ja, curios religio, eos religio. So rum war es. Auf jeden Fall, dass man das ausgeklammert hat und gesagt hat, okay, das entscheiden die lokalen Fürsten für sich. Da hat keiner einen absoluten Wahrheitsanspruch. Und die Walkisten, die reißen das jetzt brutalst ein und wollen jeden zerstören, jeden canceln, jeden aus dem Diskurs ausschließen, der nicht ihrem totalitären Weltbild entspricht, der nicht ihren Moralvorstellungen entspricht. Sie nehmen diese Moralvorstellungen als allgemeingültig und versuchen sie anderen Leuten aufzuzwingen. Und das ist etwas, was man aus linker Sicht auf jeden Fall kritisieren sollte. Lifestyle-Linke, ja, das bezeichnet im Grunde genommen das gleiche Phänomen und links-grün versifft. Ja, das bezeichnet einfach eine Ablehnung einer links-grünen Weltsicht. Das wird tatsächlich aus dem rechten Lager kommen. Aber was da jetzt Nathan falsch dran findet, sehen wir jetzt mal. Oder eben hier Lifestyle-Linke oder links-grün versifft. Da steckt das Wort links mit drin. Vogue hat den Vorteil, links steckt nicht mehr drin. So, das heißt, man kann diesen Begriff benutzen von rechts und damit einen Kampf gegen links machen, der vollkommen verdeckt ist. Wo man sozusagen so tut, als würde man gar nicht gegen Linke kämpfen. Vogue ist also ein Ersatzbegriff für links, um den Kampf gegen Linke zu legitimieren. Also jetzt wird's endgültig dumm. Ich hab gerade erklärt, was Vogueismus ist, was den von der normalen Linken unterscheidet. Die marxistische und die sozialdemokratische Linke haben immer gesagt, wir setzen uns für die materiellen Wahrheit ein und nicht, wir versuchen allen Menschen jetzt unsere moralische, unsere philosophische Wahrheit aufzuzwingen. Das haben weder die marxistische noch die sozialdemokratische Linke gemacht. Und genau das machen die Wurkisten jetzt, weswegen sie leider auch so erfolgreich sind. Das ist erstmal die grundsätzliche Bedeutung des Begriffes. Eigentlich heißt es nichts anderes als links. Das ist ein Ersatzbegriff, der von rechts erdacht worden ist. Die Inhalte des Anti-Wurkismus. Erstmal geht es darum, beim Wurkismus um Identitäten. Also einer der Grundvorwürfe an die Linken ist, Linke machen hier Identitätspolitik genauso wie die Rechten. Nein, auch das ist nicht der Vorwurf. Also ist in dem, was ich gerade beschrieben habe und was ich gerade kritisiert habe, vorgekommen, das ist genau so wie bei den Rechten? Nein. Viele Logiken, die die Rechten anwenden, werden einfach invertiert. Rechtsradikale sagen tatsächlich, oder beziehungsweise Rassisten sagen, die weiße Rasse ist der schwarzen Rasse überlegen und deswegen sollten die Weißen herrschen. Wurkisten sagen jetzt, die schwarze Rasse muss endlich Rassenbewusstsein entwickeln und sich gegen die weiße Rasse zu wehr setzen. Und die schwarzen sollten durch Quoten bevorzugt werden. Die schwarzen sollten in Machtpositionen gehievt werden. Sprich, die schwarzen sollten herrschen. Also die schwarze Rasse sollte ihre Interessen vertreten. Das ist genau so eine rassistische Logik, aber nur invertiert. Das ist ein anderer Rassismus. Ihr merkt es. Also die Identität wurde getauscht, aber es ist immer noch Rassismus. Da muss man jetzt kurz den kausalen Zusammenhang deutlich machen. So, erstmal gibt es ja wenig politisierte Identitäten. Beispielsweise popkulturelle Präferenzen oder ästhetische Vorlieben. Weil auch hier schon eine gewisse Politisierung drinsteckt. Beispielsweise mein Arielles Weiß oder dieses Kleopatra-Ding und so weiter. Auch da gibt es eben diese Vokismus-Debatte. Aber die sind weniger präsent, sage ich mal so, im Diskurs. Also bei Kleopatra hat man eine griechische Königin, beziehungsweise eine Königin entstammt aus einer griechischen Dynastie, nämlich den Ptolemäern, als Schwarze dargestellt. Das ist nicht korrekt, das ist historisch. Deswegen haben sich viele Leute darüber aufgeregt, dass man hier halt jemand, der weiß war, durch eine Schwarze ersetzt hat. Was halt dieses Walkwashing ist. Man sucht sich, also wie gesagt, man sagt, Schwarzen müssen häufiger vorkommen und deswegen setzen wir in Doku-Dramas jetzt irgendwelche weißen Leute mit Schwarzen. Also das ist absurd. Stellt euch mal vor, man würde eine Nazi-Doku machen und Hitler und Goebbels wären alle schwarz. Wäre ein bisschen komisch, oder? Also, ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll. Bei Kleopatra ist das genauso. Man besetzt eine Person, die eigentlich weiß war, mit einer Schwarzen, weil man sagt, Schwarze sollen häufiger vorkommen, was absolut rassistisches Denken ist. Also das ist schon wieder dieser woke Rassismus, den man hier ganz klar kritisieren muss. Dann gibt es rechte Identitäten. Rechte Identitäten sind exkludierend. Beispielsweise Nationalität als chauvinistisches Kriterium der Überlegenheit der eigenen Gruppe. Also Rechtsextreme gehen hin und sagen, wir als deutsches Volk sind besser und überlegen anderen Völkern gegenüber. Und dann wird der Begriff Volk beliebig gefüllt. Also exkludierend. Man schließt Menschen aus. Dann gibt es naturalistische Spezifika. Beispielsweise der Mensch isst Fleisch. Er ist ein Fleischfresser. Das heißt, alle, die kein Fleisch essen, werden ausgeschlossen. Er ist sozialdarwinistisch. Also er ist des Menschen Wolf. Der Mensch ist ein Raubtier. Und das heißt auch, dass er automatisch gegen andere schwächere Menschen kämpft. Also Schwäche wird auch ausgegrenzt. Wie auch immer man sie definieren möchte. Männer sind Frauen überlegen. Also auch das wird als naturalistisches Spezifika angenommen. Und dadurch wird das Patriarchat gerechtfertigt. Der Mensch ist heterosexuell und cis. Also das sind alles rechte Identitäten. Erstmal, der Mensch isst Fleisch. Ja, mag früher so gewesen sein. Aber das kann man ja selber entscheiden. Das werden jetzt die meisten Rechten urteilen. Ich meine, okay, brauche ich jetzt nicht, glaube ich, weiter darauf eingehen. Das wäre ein bisschen albern. Männer sind Frauen überlegen. Gibt sicherlich einige Rechte, die das sagen. War sicherlich auch unter Eliten in Europa jahrtausendelang vorherrschende Meinung. Also das gibt es ja auch ganz schöne Zitate beispielsweise schon von Aristoteles, die in die Richtung gehen. Oder von Immanuel Kant. Also von Philosophen, die wir jetzt eigentlich nicht mit klassischem rechten Denken verbinden. Aber das mag sicherlich eine weit verbreitete Meinung gewesen sein, lange Zeit. Ja, okay. Hey, heterosexuell und cis, das ist einfach eine Tatsache, dass die meisten Menschen heterosexuell und cis sind. Anders könnte unsere Art ja auch nicht erhalten werden. Auch logisch. Ja, Kant hat gesagt, auch eine Frau kann Verstand haben, aber das würde ihr die weiblichen Reize nehmen. Beispielsweise. Also das war ein normales Denken für die Zeit. Also das ist jetzt nicht, also ich will jetzt kein Schämie gegen einzelne Leute machen. Das waren jetzt so die ersten Beispiele, die mir spontan eingefallen sind. Von Rechtsextrem geprägt werden hauptsächlich. Zusätzlich kommt noch dazu Kapitalakkumulation. Also Reichtum zum Erhalt der Überlegenheit der eigenen Gruppe wird nicht hinterfragt. Also wenn die Richtigen reich sind, dann ist das vollkommen gut. Das wird sogar gefeiert, siehe Elon Musk und so. Das ist sogar etwas Erstrebenswertes. Das ist etwas, was kein Problem ist. Der Reichtum anderer Gruppen dann hingegen schon. Besonders bei Rechtsextremen sind es dann die Juden und mittlerweile dann eben auch Muslimien. Da ist es dann wiederum, entdeckt man dann auf einmal sein linkes Herz und kritisiert Reichtum. Linke Identitäten hingegen sind inkludierend. Also Nationalität wird als... Jetzt bin ich ganz, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Künstlich geschaffenes Unterdrückungskonstrukt abgelehnt. Alle Menschen haben den gleichen Wert. Dann gibt es solche Identitäten wie Weltbürger oder Erdling. So, das sind jetzt... Stimmt, äh, Daniele Ganser redet ja immer von der Menschheitsfamilie. Wohl, der wird ja von den ganzen Walkisten gecancelt, weil er verfrieden ist und sich nicht der westlichen Kriegspropaganda anschließt. Seltsam. So, als würde es ein einheitliches linkes Lager gar nicht geben. Ne, das sind jetzt linke Identitäten. Oder Sexualität in ihrer Vielfalt wird gleichgestellt. Homo-Sexualität, Bisexualität, A-Sexualität. Alles gleich viel Wert wie, 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 wie Hetero. Gott, es geht doch nicht um gleich viel Wert. Es geht darum, was die Normalität ist und was eine Abweichung ist. Und inwieweit, also, vor allem gleichgestellt, also, die ganzen anderen Sexualitäten, die nicht normal sind, die werden ja als marginalisierte Gruppen bezeichnet und bei irgendwelchen absurden Paraden oder Pride-Monaten oder sonst irgendeinem Unsinn gefeiert. Also, das stimmt ja einfach nicht. Also, für die Walkisten. Wie gesagt, ich würde die Walkisten jetzt nicht mit den Linken gleichsetzen. Ich würde sagen, die gehören zu einem anderen politischen Lager als wir. Ähm... Die Anspielung verstehe ich nicht, Demijor. Sei gegrüßt, Sturmhaube. Ähm... Ja, ich reagiere nach Neitern auf Schattenmacher und Schlomo und, ja, was soll ich sagen? Ich habe vorhin mal reingeschaut und es war leider nicht sonderlich intelligent, was die beiden da gesagt haben. Also, auch bei den beiden werde ich größtenteils rummeckern. Aber dazu nachher mehr. Wir geben uns jetzt noch, wenn Neid nicht zu furchtbar sein sollte, noch eine geballte Stunde, sogar ein bisschen länger, noch Neitern. Also, komm am besten in zwei Stunden wieder oder so. Prosexualität. Geschlecht in seiner Vielfalt wird auch gleichgestellt. Trans oder Non-Binary und so weiter. Alles, alle sollen die gleichen Rechte haben. Oder... Da ist auch niemand gegen. Also... Ein Rechter, also... Ein Rechter von heutzutage, Rechter vor 100 Jahren, der würde diese Trans und Non-Binary wahrscheinlich noch nicht mehr kennen, weil die Gender-Ideologie etwas sehr, sehr Junges ist. Ja, kein Rechter würde sagen, die sind weniger wert. Also, oder... Vielleicht einige Extremisten, aber dieses... Ja, das existiert ja nicht, was... Also, existiert nicht in relevanter Form, was Nathanael kritisiert. Also, keine Ahnung, wenn du in der Honigwabe oder bei Realtalk Isstas, das sind ja rechte Podcasts, wo ich schon zu Gast war, wenn du da nachfragen würdest, sollten Transmenschen weniger Rechte haben, dann würden diese, die natürlich sagen, nein, sollten sie nicht, die sollten die gleichen Rechte haben wie alle anderen auch. Könnt ja mal nachfragen, wenn ihr... Hallo Outlook, warum spreche ich Realtalk Isstas an sich, Outlook im Chat. Und hallo Nachtschmied, ich habe mich auch gerade gesehen. Das ist ein guter Talk mit Baba Bartunek. Also, ist, glaube ich, überflüssig. Also, wenn du mit diesem Walken redest, dann ist es, glaube ich, überflüssig, denen zu versuchen, irgendwas zu erklären. Das muss scheitern, das muss scheitern. Also, beispielsweise, dass der Staat eine Gewaltinstitution ist. Also, das würde ja niemand abstreiten, der vernünftig denkt. Kann man das aus moralischer Sicht unterschiedlich bewerten, aber dass das erstmal so ist, dass staatliches Handeln logischerweise auf Gewalt basiert, Staat hat ja nun mal ein Gewaltmonopol. Ich glaube, das würde nicht mal ein Dara bestreiten. Also, da bist du wirklich an den ganz komischen Walkisten geraten, der selbst das bestreitet. Oder die nicht reiche Klasse soll durch Umverteilung gleichgestellt werden. Da gibt es dann den Identitätsbegriff der Arbeiterklasse. Hier müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken. Das ist keine Identität. Das ist eine Klasse. Und du kannst die Arbeiterklasse auch jederzeit verlassen. Im Gegensatz zu diesen, inwieweit du deine Sexualität ändern kannst, sei jetzt mal dahingestellt. Dein Geschlecht kannst du ja jedes Jahr einmal wechseln. Du kannst ja auch kein Geschlecht haben, laut dieser seltsamen Walken-Ideologie. Das ist ja vollkommen beliebig. Aber die Arbeiterklasse, wenn du plötzlich im Lotto gewinnst und dann Kapital besitzt, dann bist du Kapitalist. Wenn du Glück hast beim Investieren und irgendwann so reich bist, dass du Kapitalist bist, dann bist du Kapitalist. Und wenn du als Kapitalist Pech hast am Markt, wenn sich deine Produkte nicht verkaufen, dann unternehmen Pleite gehst. Ja, dann gehörst du zur Arbeiterklasse. Also die Arbeiterklasse ist ein Konstrukt, was nach einer materialistischen Analyse der Gesellschaft festgestellt wird. Es ist kein identitäres Konstrukt, an dem man sich jetzt festhalten sollte und mit der irgendwelche anderen Merkmale verbunden sind. Also das Merkmal der Arbeiterklasse ist erstmal nur, dass sie kein Kapital besitzt. Also von Marx kommt ja dieser Begriff vom doppelt freien Lohnarbeiter. Vielleicht einen neuen finden, weil in 2024 durch die Dienstleistungsgesellschaft ist der vielleicht ein bisschen veraltet. All diese Identitäten haben eins gemeinsam. Es sind Gegenreaktionen gegen rechte etablierte Identitäten. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Ist das dumm. Also die Arbeiterklasse ist erstmal ein Produkt der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft. Also Adel und Klerus haben an Macht verloren. Das Bürgertum hat die Herrschaft übernommen. Und das Bürgertum ist damit zur mächtigen Klasse geworden, hat Industriebetriebe gegründet. Die Bauern wurden aus ihrer Leibeigenschaft entlassen und sind in die Städte gewandert, wo sie dann in den Industriebetrieben gearbeitet haben. So ist, beziehungsweise vorher in den Manufakturen, das ist ja eine jahrhundertelange Geschichte, so ist nach und nach die Arbeiterklasse entstanden. Die ist keine Gegenreaktion auf irgendwas Rechtes, sondern die ist einfach Folge materieller Veränderungen innerhalb der Gesellschaft. Es ist ja wirklich albern, was Nathan hier erzählt. Hier geht es nicht darum, dass Linke hingehen und sagen, ich habe die und die Identität und ich möchte andere exkludieren, sondern sie gehen hin und sagen, wir haben bestimmte Identitäten, die wir von Rechten aufgezwungen bekommen, über die wir sprechen müssen, nur um antidiskriminierend tätig zu sein. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen deutlich zu machen. Warte, den Satz will ich nochmal hören. ...aufgezwungen bekommen, über die wir sprechen müssen, nur um antidiskriminierend tätig zu sein. Den hören wir uns nochmal. ...das Linke hingehen und sagen, ich habe die und die Identität und ich möchte andere exkludieren, sondern sie gehen hin und sagen, wir haben bestimmte Identitäten, die wir von Rechten aufgezwungen bekommen, über die wir sprechen müssen, nur um antidiskriminierend tätig zu sein. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen zu machen. Was ist das? Ich habe gerade schon nachgedacht, habe ich es nicht richtig verstanden, aber das ist ja dermaßen bescheuert. Was soll man dazu noch sagen? Beispielsweise, kommen wir von Rechten aufgezwungen. Dieses bescheuerte Konstrukt Non-Binary, was aus der Gender-Ideologie folgt, das kommen wir doch nicht von Rechten aufgezwungen. Also ist Judith Butler jetzt plötzlich eine Rechte oder was? Das ist, ja, Gaslighting, wie nennt man diese Diskussionstaktik? Diskussionstaktik, man unterstellt dem, also man konstruiert selber sich irgendwas herbei und wenn man dann von dem Gegner dafür kritisiert wird, unterstellt man einfach dem Gegner, er hätte das Ganze herbeikonstruiert oder das sei nur eine Gegenreaktion auf das, was der Gegner eigentlich tue. Also moralisches Schuldzuschieben gegenüber Rechten schon wieder. Nee, nicht mal Strohmann-Outlaw, das ist nicht mal ein Strohmann. Also man macht selber etwas, unterstellt dem Gegner aber, er würde das machen. Das macht Nathan hier. Also er unterstellt ja hier, dass die Rechten eigentlich Identitäten konstruieren würden und beispielsweise die Arbeiterklasse und Non-Binary und Asexualität oder was auch immer sei nur eine Reaktion da drauf. Das ist doch albern. Günni schreibt gerade, Gaslighting passt schon. Wie gesagt, ich mag diese ganze Anglisierung unserer Sprache nicht, aber Gaslichtern ist jetzt, glaube ich, kein gutes deutsches Wort, was man da an die Stelle von setzen könnte. Also worum es geht, die argumentative Taktik, man macht selber etwas und unterstellt dann entweder dem Gegner, dass er daran schuld sei, dass man selber das machen würde, oder dass der Gegner es ja eigentlich machen würde. Also hier unterstellt Nathan den Rechten, dass sie schuld daran wären, dass er sich solche abstrusen Konstrukte ausdenkt. Oder auch die Begriffseherleitung von Arbeiterklasse. Also es ist so vollkommen bescheuert, was wir hier gerade sehen. Also danke nochmal an die Person, die mir das zugeschickt hat. Also das ist ja gruselig. Das ist noch ein bisschen deutlich zu machen. Dem ganzen Innewund ist auch ein Mechanismus, auf den ich kurz eingehen möchte, nämlich, dass die Gegenreaktionen meist emotionaler sind als die Aktionen der Unterdrücker. Der Ungerechtbehandelte hat mehr Grund, wütend zu sein, als ein ungerecht handelnder Unterdrücker. Auch das ist etwas, was häufig von Rechten, dann Linken vorgeworfen wird, dass sie so emotional sind, dass sie so wütend sind. Ja, auch diese Moralisierung. Das ist was, was ich grundlegend ablehnen würde. Also an den Chat, falls ihr euch wundert, ich habe mein Bild ein bisschen verschoben, damit ihr die gesamte Schrift hier lesen könnt. Also das scheint hier wirklich... Ich will nicht sagen, wissenschaftlicher, pseudowissenschaftlicher Vortrag zu sein, wo dieses Woke-Phänomen methodologisch betrachtet werden soll. Es ist ja vollkommen absurd. Also wie gesagt, der Ungerechtbehandelte. Also wer entscheidet denn, dass der Ungerecht behandelt wurde? Er selbst? Die Walken-Ideologen? Ja, natürlich die Walken-Ideologen. Also Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Da könnte man jetzt ewiglich lange philosophische Debatten drüber führen und immer noch zu dem Schluss kommen, ja, was Gerecht ist, das sieht dann doch jeder anders. Deswegen sollte man solche Fragen nicht politisieren. Ja, ich... Natürlich ist das nicht wissenschaftlich, Göni. Natürlich ist das hier abstruse Propaganda von Neitern, wo er sich aus irgendeinem Grund ziemlich viel Mühe machten wollte, irgendeine PowerPoint-Präsentation zu erstellen. Aber wenn man diese wirklich dummen Gedankengänge hier nochmal strukturiert bekommt, dann ist das ja noch schlimmer, als wenn er das so unstrukturiert in einem Stream einfach vorträgt. Also so sieht man ja wirklich schwarz auf weiß, dass das komplett absurd ist, was der Typ sich denkt. Danke, Dimmi Jor, dass du mich mit Prime abonniert hast. Ich kann jetzt aber hingehen, picke mir irgendjemanden raus, irgendeine gesellschaftliche Gruppe und mache diese Gruppe unmöglich. Und ich rede über sie, spreche ihnen die Rechte ab, mache ihnen alle möglichen Zuschreibungen an negative Zuschreibungen. Und das kann ich alles vollkommen unemotional machen. Das kann ich alles vollkommen ruhig machen. Aber am Ende des Tages ist dann die Gruppe, die ich mir rauspicke, zu Recht wütend und emotionalisiert. So, das heißt, Emotionalisierung als Schuldzuschreibung ist etwas, wo wir immer ganz stark aufpassen müssen, denn Opfer sind oft emotionalisierter als Täter. Das liegt einfach in der Düse. Es gibt pauschal keine Opfer oder Täter. Also wer Politik in Opfern und Tätern denkt, der hat die Politik schon moralisiert. Also der ist generell, nehmt solche... Solche Leute sind gefährlich.